Jakob Schümperli, herzliche Gratulation! Hast du mit dem Sieg gerechnet? Nein, ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet, ich habe auf den Sieg gehofft und von sehr vielen verschiedenen Personen Zuspruch gehabt und gesagt, du schaffst das, du schaffst das. Aber mit dem Sieg gerechnet habe ich wirklich nicht. Hast du viel investiert und vorbereitet für diese Service Meisterschaft? Ich habe sehr viel investiert, ich habe aber auch das Glück gehabt, dass ich sehr viel Unterstützung von meinem Geschäft, von der Swiss Re, die Schweizer Rückversicherung bekommen habe. Sie hat mich dort sehr unterstützt, auch ein grosses Dankeschön d'Ethasi mit meinem Coach, mit dem Andi. Andi Kühne hat mich dort sehr unterstützt und mich bei allen verschiedenen Disziplinen optimal vorbereitet. Was glaubt ihr am meisten? Dass es jetzt schlussendlich wirklich gelangt hat für den Junior-Service-Meistertitel, weil das war schlussendlich das Ziel, das ich die letzten acht, neun Wochen hatte. Du hast eine Reise in New York unter anderem. Mit wem wirst du gehen? Weisst du es schon? Ja, ich würde sicher mit meinem Zwillingsbrüder, mit dem Maxi gehen und auch der Service-Meisterschaft mitgehen. Und dann werden sehr wahrscheinlich noch andere Leute mitkommen, die dann einfach privat auch mitfliegen werden. Cool, viel Spass! Danke vielmals, merci! Vielen Dank!